Wir haben auch nicht von Deportation gesprochen oder so, das wurde dann von denen, die es interpretiert haben. Genau, genau, genau. Da wurde das dann gleich so aufgenommen von vielen Kommentatoren. Wenn man sich anschaut, was auf ORF online gepostet worden ist, dann hat man natürlich diesen Deportationssager, der frei erfunden ist, wie zumindest die Korrektivchefredakteurin, Stellvertreter bestätigt, hat man den auch mitbefördert. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe, also entweder ist man unterversorgt personell und kann gewisse Dinge nicht recherchieren oder man macht sie absichtlich. Und ich glaube, das ist das Problem, das es gilt, sichtbar zu machen.